Nasdaq vor neuem Jahreshoch und auch der DAX mit mehr als vier Prozent in der abgeschlossenen Woche im Plus. Und dann gibt es noch eine Aktie aus dem Technologie Sektor, die mega stark performt hat und sicherlich einer der heißesten Watchlist Kandidaten für die nächsten Tage ist. Wir sprechen darüber in meinem neuesten Wochenausblick. Ja, herzlich willkommen zum Wochenausblick. Wir haben in der letzten Woche wirklich eine mega starke Woche im DAX gesehen. Es ging Tag für Tag nach oben. Wir haben Freitag an den Hochs geschlossen. Über vier Prozent mit dem DAX nach oben, was auf der einen Seite die Investoren freut, aber natürlich auch für die Trader ist es natürlich besonders spannend. Wie geht es hier weiter? Nasdaq sogar noch besser, denn wir sind hier an den Jahreshochs angekommen. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Und wir haben auch eine Aktie tatsächlich aus dem Nasdaq, die in der letzten Woche 14 Prozent Performance gemacht hat und gerade für Trader deswegen natürlich besonders interessant sind. All das und noch viel mehr jetzt im Wochenausblick. Wir werfen zunächst einmal einen Blick auf den S&P 500 Index. Hier kann man wirklich sehr, sehr gut sehen, dass der Markt hier sehr sauber nach oben gelaufen ist in den letzten Wochen. Und jetzt sind wir hier im Bereich der Konsolidierung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir so eine Art V-Formation hier haben. Das heißt, der Markt ist hier erst sehr sauber nach unten gelaufen, ist dann hier nach oben gekommen, hat hier eine ganz kleine Konsolidierung hingelegt. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier ging es so ein bisschen seitwärts und von dort aus dann nach oben. Es ist kein neuer Trend oder keine richtige Korrektur gewesen, aber man sieht hier den Konsolidierungsmodus, dass die Aktie sich hier oder der Markt sich hier im Bereich von, ja, ich sag mal 4.390 bis auf der Unterseite ungefähr 4.360 bewegt hat, um dann hier nach oben zu kommen. Was wir jetzt hier sehen, ist so eine typische Korrektur, die man erwarten darf, sehr flach. Und von hier aus dann der neue Ausbruch, das würde dann tatsächlich bedeuten, dass wir auch markttechnisch dann einen neuen Trend hätten, wenn der Markt dann hier entsprechend auch nach oben läuft. Und das wird natürlich noch mehr Käufer auf den Zettel holen, auf den Markt bringen. Denn was wir gesehen haben, ist natürlich, wir haben hier in der Abwärtsbewegung doch relativ große Cash-Positionen bei Fonds und Pensionskassen gesehen, die jetzt natürlich dem Trend hinterherlaufen mussten. Deswegen hier auch diese starke Bewegung, die nach oben gegangen ist. Deswegen auch hier keine ausgereifte Konsolidierung, sondern auch eher hier doch eher klein. Und die jetzt zum ersten Mal, dass es wirklich über ein paar Tage keine neuen Hochs dazwischen gibt, sondern wirklich mal am Donnerstag und am Freitag dann ja knapp unterhalb der Höchstkurse immer dann stehen geblieben. Auch heute Montag gegen Mittag noch darf man nicht überbewerten. Klar, der amerikanische Markt hat ja offiziell noch gar nicht geöffnet. Es ist die vorbörsliche Zeit. Der Future läuft aber ja schon noch im Konsolidierungsmodus. Das heißt, hier spricht doch vieles für weiter steigende Kurse. Ähnlich wie auch im Nasdaq-Index. Auch hier diese V-Formation, über die wir vorhin auch schon beim S&P gesprochen haben, auch hier sehr sauber. Auch hier die Korrektur im Prinzip auf dem gleichen Level wie vorhin beim S&P zu sehen. Knapp unterhalb des Hochs. Jetzt hier eine richtige Konsolidierung, die auch über mehrere Tage tatsächlich Bestand hat. Und wenn wir uns das hier anschauen, natürlich auch dicht am Jahreshoch. Das heißt, es trennt uns wirklich nur noch ein paar Punkte. Und das ist jetzt besonders spannend, weil wir haben auf der einen Seite eine V-Formation, die an sich schon super stark ist. Dann eine Konsolidierung unterhalb des Jahreshochs. Das heißt, wenn es hier zu einem Ausbruch kommt, ja, dann wird das hier wahrscheinlich nochmal sehr dynamisch auch zugehen. Diese Jahres-End-Wally, die ja auch schon läuft seit Anfang November, wahrscheinlich nochmal wieder auf ein neues Level bringen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben heute Morgen schon mit unseren Kunden im Mentoring geschaut, welche Aktien aus dem Nasdaq hier besonders spannend aussehen. Und eine haben wir da natürlich gefunden und die möchte ich hier gleich auch vorstellen, die wirklich raketenmäßig in der letzten Woche nach oben gegangen ist. Aber zunächst einmal erst noch ein Blick auf den DAX. Der hat in der abgelaufenen Woche 4% gemacht. Das ist schon sehr, sehr stark. Das haben wir auch im Nasdaq gesehen. Eine recht starke Bewegung. Und hier ist das Besondere, wir sehen hier, es gab hier keine Konsolidierung in der Zeit. Also während wir am Donnerstag und Freitag im S&P 500 die Konsolidierung gesehen haben, ist sie hier halt ausgeblieben. Das heißt, wir haben am Freitag an den Höchstständen tatsächlich geschlossen. Das Hoch war bei 15.998. Der Schlusskurs war bei 95. Also nur drei Pünktchen tiefer. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Wir sind hier am Montag heute ganz klar ein bisschen schwächer in den Markt hineingekommen. Bleibt auch nicht aus. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir sind hier auch auf Konsolidierungsniveau. Wir haben hier oben natürlich die Hochs hier aus August, September und Anfang Oktober. Das ist hier der Bereich, wo der Markt dann hier die Hochs ausgebildet hat. Dann wie gesagt ging es bergab. Jetzt sind wir wieder da. Auch hier diese typische V-Formation. Das heißt also, hier ist es einfach wahrscheinlich, dass der Markt in diesem Tempo hier nicht durchläuft. So, wenn wir das zusammenfassen, kann man also schon mal sagen, der amerikanische Markt ist und bleibt deutlich stärker. Erstmal von den letzten Wochen her, weil wir auch eher dichter an den Jahreshoch sind. Der deutsche Markt hat allerdings hier gut aufgeholt in der letzten Handelswoche. Das kann man eben auf jeden Fall bescheinigen. Aus meiner Sicht am stärksten aber weiterhin, auch wenn man sich die einzelnen Aktien anschaut, sieht tatsächlich der Nasdaq aus. Und eine Aktie, die wirklich besonders spannend auch ist, da möchte ich jetzt gleich noch kurz drauf kommen. Das ist eben die Intel-Aktie. Denn wenn wir uns hier anschauen, die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Handelstage, was ist hier passiert? Wir haben hier ein neues Hoch gemacht und es ging hier 14% bergauf. Wir sehen, dass hier ein neues Jahreshoch. Macht es jetzt Sinn, blind dahinter herzugehen. Ich sage immer für mich nein. Ich brauche jetzt erst eine Konsolidierung in der Aktie, also irgendein Einstiegssetup, damit ich auch in die Aktie noch jetzt dann hineinkommen kann. Wenn ihr natürlich schon drinnen seid, habt ihr natürlich alles richtig gemacht. Ganz außer Frage. Wichtig ist, dass ihr eben einen duplizierbaren Handelsplan habt. Und warum es so wichtig ist, einen duplizierbaren Handelsplan zu haben und Handelssetups, vor allen Dingen auch News eben perfekt umzusetzen, dass man Woche für Woche 1, 2, 3% Performance macht. Wir haben ja am Wochenende wieder die Umfrage gemacht. Über 80% der Trader wieder im Plus. Sensationell. Die meisten davon mehr als 2%. Ich selber auch gut 3% Performance in der letzten Woche, obwohl ich die halbe Woche beruflich unterwegs gewesen bin. Wie das funktioniert, darüber sprechen wir unter anderem eben auch am kommenden Wochenende bei Rendite Limited. Und wenn du noch nicht dabei gewesen bist, dann lade ich dich recht herzlich ein. Melde dich kostenfrei an hier. Verlinke dir das Ganze auch noch einmal, damit auch du, wenn du mit dabei sein möchtest, am Samstag und am Sonntag jeweils von 9.30 Uhr bis ungefähr 13 Uhr. Samstag Investment, Sonntag Trading. Da sprechen wir eben genau darüber, was ist so wichtig beim Trading, warum muss man die richtigen Aktien auch finden, wie findet man die, was ist eigentlich das Momentum, also das, was jetzt hier zum Beispiel so eine Interaktie auch ausmacht und wie kann man das in die Zukunft fortschreiben, damit man damit wirklich gute Trades machen kann und auch das Thema News Trading werden wir hier ganz speziell auch besprechen. Also falls du noch nicht 1, 2, 3% in der Woche machst und lernen möchtest, wie das Ganze geht, lade ich dich recht herzlich ein zu Rendite Unlimited am kommenden Wochenende. Ich freue mich drauf, wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Börsenwoche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.